Die Nachrichten Wir sind froh darüber, dass wir Sie in diesem für unsere evangelische Kirche, so bedeutsamen Jahr 2017 noch einmal in der Tantatekirche zum Neujahrsempfang begrüßen dürfen. 500 Jahre Reformation, ein Ereignis, das nicht nur unsere evangelische Kirche betrifft, sondern weiterregelnos Kreise gezogen hat, dass die Kirche und nicht nur sie, sondern die ganze Weltgeschichte verändert hat. Ein Ereignis, das uns auch heute, 500 Jahre später, Anschluss geben und uns zum Nachdenken anregen kann. Ihnen, Stefan Dittmer, Martin Wiegele, Söner Montan und Axel Pichlmeier, vielen Dank. Natürlich auch herzlichen Dank allen Mitarbeitenden der Tantatekirche. Vielen Dank auch vor allem Ihnen, dass Sie gekommen sind und heute diesen Neujahrsempfang zum letzten Mal in der Kirche hier zurückzunehmen. Vielen Dank Ihnen. Willkommen und guten Abend zu. Auch ich freue mich, dass Sie den Neujahrsempfang unserer Einladung wollen. Wenn wir heute hier werden, der Tantatekirche zusammengefunden haben, dann gäbe es ja gar keine passenden Worte, als dieses Neue Jahr gemeinsam zu starten, ist es jetzt ja in beiden Leben angetroffen. 500 Jahre nachdem Martin Luther seine 95 Thesen zur Eformation der Kirche formuliert hatte, beginnen wir dieses Jahr, das Lutherjahr, in unserer evangelischen Kirche. Martin Luther stand für Veränderung. Als klar, Veränderung führt immer auch zu Verunsicherung. Nicht immer sind die Folgen sofort sichtbar. Manches tut anfangs weh und liefert dann erst Langfresse in der Woche zu. Deshalb ist Mut immer die zwingende Voraussetzung für Veränderung. Lassen Sie uns gemeinsam ändern, was wir miteinander besser machen wollen. Martin Luther stand außerdem für Kritik. Damit hat er einen Diskurs angestoßen, der erforderlich war, um konkrete Verbesserungen zu erreichen. Genauso ist es in der Gegenwart. Das Bessere ist immer der Feind des Guten. Würde Luther heutzutage aktiv sein, würde er seine Thesen wahrscheinlich twittern oder posten, viele andere würden sie dann teilen und der Diskussionsprozess wäre damit wesentlich dynamischer, als er es damals gewesen ist. Aber Luther hat jeden einzelnen Kritikpunkt immer auch mit Verbesserungsvorschlägen kombiniert. Darin liegt der entscheidende Unterschied zu manchen Kritikern von heute. Wer immer nur schimpft, stichelt und spaltet, der verbessert ganz und gar nichts. Nehmen wir uns noch Martin Luther als Vorbild und verstehen seine Botschaft als Aufforderung zu einem ernsthaft konstruktiven Dialog. Weil dem Kritik nur dann zugelassen ist, wenn mit ihr eine konkrete Alternativlösung kommt. Lassen Sie mich abschließend ganz herzlich Danke sagen an alle Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen dieses heutigen Abends, aber auch aller Neuers empfängenden drei Pfarreien beigetragen. Applaus Wir sind jetzt hier normalen Abends, aber auch Guys. Wir sind hier für Cochran-Vergren. Wir sind hier her sympa hin und wir sind hier mit Analyse안ienst. Wir sind hier ja ich für's Aufforderens Messer. Wir sind hier für's Aufforderensie. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.